Wann kommt das Spiel endlich raus? Es ist soweit, ich kann euch endlich das Release-Datum vom Herr-Anwalts-Spiel verraten. Und zwar kommt das Spiel am 28.10. in den App und Play Store. Außerdem habe ich euch gefragt, ob ich die PC-Version auf Steam oder Crazy Games veröffentlichen soll. Und das Ergebnis war... sehr ausgeglichen. Also werde ich beides machen und das Spiel wird auch auf Steam erscheinen. Da könnt ihr es übrigens ab jetzt wishlisten. Keine Ahnung, warum da steht, dass es am 27. rauskommt. Ich habe bei Steam den 28. angegeben. Was ist da los, Team?